Wir hatten noch nie so kurze Winterpause, aber das war mir klar. Jetzt kam natürlich die Pandemie dazu, das ist natürlich Pech. Aber aufgrund dieser vielen Termine, auch von vielen Europapokal-Mannschaften und das Gedränge wird es immer weniger. Für mich persönlich ist es, ich finde es extrem schade und es tut auch weh, weil diese zehn Tage, wo wir da durchatmen konnten, waren extrem wichtig, fand ich. Ich halte überhaupt nichts davon, dass man zehn Monate durcharbeitet, ununterbrochen. Das ist schlecht für alles, finde ich. Für die Gesundheit, für alle, auch für die Spieler und auch für uns. Jetzt ist natürlich die Pandemie gekommen, von dem her kam mir da auch nichts dafür. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich total für eine Winterpause bin. Zumindest, dass man mal acht oder zehn Tage den Kopf freikriegt und einfach sich erholen kann. Es geht einfach um die Erholung, einigermaßen. Das ist ja eh nicht lang. Und sonst sind wir zehneinhalb Monate nur am Durcharbeiten. Das halte ich nicht für richtig. Und da geht es dann auch nicht um, weil wir viel Geld verdienen oder so irgendwas. Da sage ich, lieber verdienen wir dann weniger und man hat wenigstens dann noch Breaks, weil das ist nicht gut. Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut! Vielen Dank.